Habe ich die Sniper nochmal aufgesammelt? Sam, was machst du denn da schon wieder für ne Scheiße? Ohne Witz. Hallo? Bin ich jetzt besoffen oder was? Da, wollte ich gerade sagen. Ein besauner Sniper? Oder was? Ach du Scheiße! Guckt euch das an, was da kommt. Der rennt da mit nem schönen dicken MG rum. Der kommt direkt auf uns zu. Jetzt treffe ich den nicht. Das sind zwei! Ich habe keine Munition mehr. Ich werde... Naja, kannst du knicken, Alter. Das war verloren in dem Moment, wo ich ihn mit der zweiten Granate nicht getroffen habe. Du Scheiße, ey. Ohne Witz, ja. Jetzt hat Nadine nochmal alles rausgezogen. Da hat sie sich nicht lumpen lassen. Jetzt hat sie nochmal jeden mitgenommen von ihren Shoreline-Bastarden. Komm her, hier. Zack. Da kriegst du nochmal eine Abwehr. Ausgleichen. Auf den zweiten muss ich jetzt ballern. Da habe ich noch ne... Ja, einer habe ich noch. Alles klar. Alter! Guckt euch das an, ey. Oh, ich laufe mal hier rum. Oh, ne Granate. Oh, aua. Das tut aber weh. Oh, nochmal ne Granate. Oh, aua. Das tut aber weh. Ich laufe mal weiter. Er ist unfassbar ohne Scheiß, ey. Was die hier fressen. Ich muss mich jetzt gerade echt mal konzentrieren, Freunde. Kein Bock, nicht mehr 30 Mal zu spielen. Naja, ich weiß. Er kommt schon. Ja, steht nebeneinander. Perfekt. Besser kann ich es gar nicht haben. Komm, komm, komm schon, komm, schon, komm, schon. Scheiß drauf. Kommt. Nicht trennen. Alter. Ach, scheiß hart. Ja, sagst du, was? Na, wer hat da geschossen? Na, macht Spaß, ne? Wenn so einer mit einem overpowereden MG um die Ecke kommt und alles wieder brezelt. Ah, scheiß drauf. Ah, kommt da noch einer? Munition. Der ist doch noch nicht vorbei, ja, wusste ich doch. Ja. Oh, fuck. Ich bin immer noch zu übermütig hier. Ich muss jetzt nicht unterschätzen, wie fett bewaffnet die mittlerweile sind. Komm, 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 ich kriege ich noch. Jetzt sterb doch mal. Alter, womit ist denn der gepanzert, Alter? Ich kann nichts machen. Ja, das macht auch voll Sinn, dass jemand, der gepanzert ist, im Nahkampf nicht besiegt werden kann, weil der Kopf ist ja auch gepanzert. Den kann man ja nicht in die Fresse hauen, ne? Wow, 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 wow Das ist ein Chaos hier, ne? Das passt unter keiner verdammten Kuhhaut, Alter. Ich raff auch nicht, warum die Affen so viel aushalten, Alter. Die mit der mittleren Panzerung. Wir hatten ja schon fast so... Guckt euch das an, was ich in die reinbrezel, ey. Oh, bitte! Soll sie kommen? Soll sie kommen? Wir haben ein Geschenk für sie. Kommt der von hinten, oder was? Mann! Nein, nein, nein! Nicht kuscheln! Danke! Elena wird mir nur nichts bringen. Ich bin jetzt sowieso tot. Wo steht der denn, Alter? Da, da steht er, da steht er! Running Man. Da fehlen mir gerade echt die Worte, Alter. Ohne Scheiß, Freunde. Jetzt dreht er die Tür. Das ist so lächerlich. Ohne Flachs jetzt. Ich habe auch keine vernünftige Knarre gerade. Die ist scheiße, die ich hier mitgenommen habe. Die ist komplett für den Arsch, wenn ich das mal eben so sagen darf. Ernsthaft, so langsam machen die mich auch verdammt sauer. Langsam werde ich frisch fällt. Ja, du bist overpowered halt. Trottel. Mein Schatz, Kinder, wenn ihr euch nicht so bewegen würdet, wisst ihr? Können wir nicht einfach chillen? Irgendwie ein bisschen zusammen diskutieren. Ich nehme meinen Bruder mit. Ihr kriegt die Hälfte vom Schatz. Und wir gehen alle friedlich nach Hause. Jetzt sterbt doch endlich, ey! Was ist denn da drin geladen, Alter? Zuckerwatte? Spricht dein letztes Gerät. Du sprichst gleich dein letztes Gerät. Hey! Sterb doch jetzt mal! Was machst du denn hier schon, Mann? Du warst doch auf der ganz anderen Seite! Steht der auf einmal direkt neben mir? Sag mal, Elena, was machst du da, Alter? Lackierst du dir die Fingernägel oder was? Jetzt mal ohne Scheiß! Was kommen her, da? Ja, du, du, Alter! Guck dir das an, wie die hier am Rumjumpen sind! Das sind fucking Running Mans, Alter! Die haben nicht rum zu jumpen hier! Das sind Juggernauts, ey! Ich brezel da jetzt mal ein ganzes... Ey, das ist unfassbar! Ey, ohne Flux jetzt! Langsam wird's echt nicht mehr lustig! Ohne Scheiß jetzt! Also, sorry, ey! Das ist... So langsam wird's echt nicht mehr lustig! Ja, genau! Tog dich aus! Ja! Stirbt der auch mal? Sorry, dass ich da jetzt gerade ein bisschen emotionaler werde, aber so langsam macht's mich echt sauber! Mir geht's so auf den Sack! Ich hab ja nichts dagegen, wenn das fordernd ist! Das hab ich ja schon mal gesagt! Aber wenn's unfair wird, guckt euch das an, was der aushält! Das ist ne Scheiß-Granate! Als wenn ich den irgendwie mit Pudding bewerf, ey! So, du kommst jetzt mal mit! Jetzt mach ich den Ryan, ey! Komm her! Zack! Hau du mal ab, mein Freund! Komm her! So! Das ist dieser eine verdammte Running Man! Herrgott, nochmal! So, Sam! Du schuldest uns auf jeden Fall was! Ah! Super! Die Party geht direkt weiter! Ja, ja, ballert jeder mal! Ich baller mit! Hier haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz und Deckung hier um! Guckt euch das an! Da kommt schon wieder einer! Na ja, das war wieder klar, dass eine Granate nicht aushält! Elena! Hast du einen neuen gefunden? Kannst du mir das bitte mal vorher sagen? Bevor du hier schon anfängst, vor meinen Augen mit dem rumzukuscheln! Komm schon! Ja, wenn ihr den Headers zieht, sobald der Helm ab ist, dann geht das einigermaßen! Nur bei dem Chaos muss man die Zeit finden, um den Header zu ziehen! Das ist das Problem! Immer schön aufpassen, dass die Waffen nachgeladen sind! So, Sam! Willkommen! Ah, hier sind wir hergekommen, oder? Ah! Ich merke gerade, der hat auch gerade ein paar Fans! Wir gehen unten lang! Na, 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 na! Komm her! Zack! Jetzt schnappen wir so uns alle schön von hinten! Komm her! Zack! Kann ich den per Stealth? Ja, genau! 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 Also, die sind nicht nur sau-overpowered, sondern die haben auch noch ein Auge hinten! Ach, Mann! Ey! Du brauchst gar nicht abhauen, du Sack! Boah, Sam! Du schuldest uns mehr als nur ein Bier! Das kann ich dir schon mal sagen, Kumpel! Die Scheiße! Mein Freund! Alles nur, weil du nicht vom Anfang an mit offenen Karten spielen kannst! Das ist unfassbar! Ja, ist einfach so! Hätte er von Anfang an mit offenen Karten gespielt, dann wäre das alles hier anders aufgegangen! Die Frage ist jetzt aber... Okay, können wir hier durch? Ne? Ah! Da ist eine Leiter für die ganz Blinden! Ach! Scheiße! Scheiße! So, Sam! Ah, fuck! Keine Zeit für dumme Witze! Ah, die Panzerfaust! Ja, ich hab's! Verdammt der Scheiße! Was hab ich hier jetzt für schlechte Sprüche? Konzentrier dich, Kumpel! Ah! Sonst, sonst haben wir hier den Salat gleich wieder! Und jetzt juckt meine Nase! Ich hasse sowas! Ich muss näher dran! Du triffst die von hier hinten kaum! Na, na, na! Na, 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 na! Ninja! Scheiße! Ich habe zufällig eine Granate dabei! Sehr schön! Ja, trau dich! Er rastet da unten aus, ey! Ist der die gepanzert da mit einem MG, oder was? Läuft bei euch! Ja, hinter uns wendet ein Running Man rum! Ah, ist doch kein Running Man! Das ist nur ein Normalo! Normalo, der wieder abnormal viel aushält! Herr schau! Wow, 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 wow! Wow, wow, wow! Jungs! Übertreibt nicht eure Lage! Pass auf! Ah! Das Spielchen spiele ich jetzt mit! Alter! Zack! Ja, komm her! Wow! Baum fällt! Verdammte Scheiße Alter Was Das ist abnormal Ich weiß gar nicht was hier passiert Ich hab dich auch gefunden Hab ich ihn erwischt? Ja ich hoffe doch Na gut bei dem weiß man nie ob so ein So ein Schuss aus dem Granatenwerfer für die einfach nur Frühstück ist Lass ihn mal machen So komm Leute Würmer da So dich hab ich Gas geben Wir sind jetzt schon wieder los Da hoch Komm 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 Nein Scheiße Ja Mist Ich brauch den Granatenwerfer Mann Hier liegt so viel aufeinander und untereinander Du kannst dir nichts rausziehen Das ist das ekelhafte Ja Erst wenn der Typ da Der Juggernaut runterkommt Da oben rennt er rum Der kriegt sie ab Das ist unfassbar Der lebt immer noch Gibt durch das Jetzt macht er auch noch hier auf Ausweichturner Na geht hin Was ist das Ich kann hier Das ist das en Ich kann hier Das ist das